Traurig, komm zu mir! Ai, ai, Katz! I can't you not hear! Ai, ai, Katz! Metal-Lorde! Servus und herzlich willkommen! Dankeschön dafür, Alplali! Mir fehlt ein Zahn und ich hab ein Loch in der Lippe! Danke, Alplali! Danke, Alplali! Langsame Internet! Hashtag Therapielord! Danke, du Arschloch! Danke, Alplali! Boile krieg ich jetzt auch! Ich bin so im Arsch! Dankeschön! Danke, Alplali! Danke, Alplali! Danke, Alplali! Dankeschön, Alplali! Danke, Alplali! Es tut mir leid, dass das Video heute vermutlich ein bisschen kürzer ist! Danke, Alplali! Meme-Container Ich hab keinen Kontakt zu Nazis, ich hab Kontakt zu einigen Kumpels, die Nazis sind! Das ist ein Unterschied! Richtig geil! Richtig geil! Richtig lecker! Ich bin ein Journalist und ich kann Ihnen gerne meinen Presse aufbauen! Danke, Alplali! Ich bin irgendetwas veröffentlicht und egal was! Wie geht's ja aufs Maul! Darf ich mal mitfahren im Fort? Nur wenn du zwei Möpse, einen geilen Arsch und Bock auf ein bisschen Action hast. Und wie du das mit der Action verstehst, ist es deine Sache. Nur wenn du zwei Möpse, einen geilen Arsch und Bock auf ein bisschen Action hast. Mann, was ist denn das, Alter? Wo habt ihr eure Recht das Ding gelernt, Alter? Was soll denn diese Scheiße, Alter? Will ich dir in der Mann sich auf die Schnauze holen, oder weil ich nicht ausbrenne? Weil ich bin der Mann, der hier irgendwie ein Scheiß hier machen ist! Wie wäre es mit Get On My Level? Komm doch erst einmal auf mein Niveau, bevor du dich über mein Niveau lustig machst. Weil, egal ob ich eine Gesichtskümpel bin oder nicht, besser aussehen als du. Du hast sogar mal einen kleinen Finger mit Dreck unterm Nagel. Weißt du Bescheid? Schade, Marmelade. Seltsame Sprüche, heutzutage. Passt nicht ganz. Wie ein Hund sei Schwanz. Ah! Aufhören! Ich fange an zu reimen. Denn ich möchte nicht schleimen! Ich bin halt der Meinung, ich mach mal ein Video dazu. Ich bin der Meinung, dass jemand, der meine Videos schaut, kein Anrecht auf Kritik mir gegenüber hat. Aber letzten Endes kann jeder selbst entscheiden, ob er das anschaut oder nicht. Ihr seid alle erwachsene Menschen. Im Normalfall. Und selbst wenn ihr das nichts habt, selbst als Kind habt ihr Möglichkeiten, das auszumachen oder was anderes zu schauen. Eine Hand. Hätte ich auch mit links gekonnt. Ich will immer zucken, Alter. Ich will immer zucken. Was zuckst du denn die ganze Zeit, Alter? Was zuckst du denn da an? Du bist der Reiner mit EI. Was zuckst du denn so? Was zuckst du denn so? Aber letzten Endes würde es so sein, dass ich dann... Mein Haus würde es nicht mehr geben, weil ich das verkauft habe. So. Ähm. Mein Auto, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass ich nochmal... Dass ich wirklich eine schlechte Chance habe, rauszukommen. Werde ich mir vielleicht irgendwas Kleines zulegen. Wo nicht allzu viel kostet. Bevor ich dann irgendwie anfange, mir was Großes, Neues zu kaufen. Ja, irgendwann will ich mich jemandem nicht mehr zu kaufen. Ade. Äh. 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 Wir wissen, dass du am Fenster hockst. Ich sitze nicht am Fenster, ihr volle Juden. Warum seid ihr eigentlich? Außerdem sitze ich immer am Fenster. Ich glaube nicht, dass ich im Knast lande. Es ist zu einer Verurteilung gekommen, zu einer Gesamtfreiheitsstreife von zwei Jahren, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das war ja das Ziel des Angeklagten. Also er wird ins Gefängnis müssen. So, da habe ich mir gedacht, ich zeige mir meine Freundin. Ich sei arrogant, verstehe ich nicht. Also ich verstehe schon, was es heißt, aber ich verstehe nicht, was es soll, diese Aussage. Hä? Warum? Ich habe doch nie irgendwas gemacht, dass ich arrogant bin. Du bist ein so arrogantes Stück. Äh, unglaublich. Hey, im Gegensatz zu mir habe ich... Im Gegensatz zu mir. Im Gegensatz zu dir habe ich in meinem Leben was geschafft. Lululululululululu Musik